Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Die Wallstreet beginnt jetzt wieder zu schwächeln. Ist das nur ein kleiner Rücksetzer oder könnte es jetzt wieder deutlich nach unten gehen? Diese Frage wollen wir jetzt versuchen zu beantworten. Den Risiko in Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlungen ausspreche. Wir legen direkt los und wir gehen mal zum S&P 500 in den 15-Minuten-Chart. Wir blenden uns noch die EMRs ein, einmal mit 20 Perioden in blau und mit 50 Perioden in rot. Und vor einiger Zeit, die Herzen spielen jetzt erstmal keine Rolle, vor einiger Zeit gab es ein Crossover. Und nach dem Crossover gab es eben eine ganz klare Struktur aus höheren Hochs und höheren Tiefs. Und diese Aufwärtsbewegung hat insgesamt vier Tage angehalten. Und aktuell gibt es jetzt wieder einen stärkeren Rücksetzer. Crossover, wichtige Unterstützung unterschritten und die stärkere Gegenbewegung zumindest in den kleineren Zeiteinheiten. Das wollen wir einordnen. Wir gehen nochmal hoch in den Tageschart. Da sieht man das eben nochmal schön. Viertägige Rallye beendet und dann auch ein Fehlausbruch bzw. dann das Minus bei der gestrigen Sitzung. Im Wochenchart könnte sich das möglicherweise als Fehlausbruch entpuppen. Das wissen wir eben noch nicht, solange der Schlusskurs da ist. Aber wir wollen jetzt überlegen, wo liegen denn potenzielle Kursziele sowohl auf der Ober- und Unterseite und gehen dann gleich nochmal runter in den M15, um zu überlegen, was wir denn eigentlich sehen wollen. Also, sollte es weiter nach unten gehen, dann hätten wir hier das Wochentief bei 4.115 und dann hätten wir bei 4.073 Punkten das Zwischenhoch bzw. das Ausbruchsniveau der Vorwoche. Die Strecke ist jetzt nicht allzu groß, aber in den kleineren Zeiteinheiten reicht das aus, um einen guten Trade zu platzieren bzw. ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis zu bekommen. Andererseits haben wir hier das Wochenhoch und noch einen wichtigen Bereich bei 4.160 Punkten ungefähr. Warum? Viele Rubierungspunkte, wichtiges Zwischenhoch gewesen von diesem Abwärtsimpuls. Dort hat der Markt eben wieder reagiert. Ansonsten weiter oben noch das Jahreshoch und eben auch das Augusthoch. So, welche Ziele werden denn möglicherweise zuerst erreicht? Wir schauen nochmal in den 15-Minuten-Chart. Es gab also ein Crossover, es gibt tiefere Tiefs und tiefere Hochs und das bedeutet, dass der Markt eigentlich short eingestellt ist. Das bedeutet, wir sollten uns darauf einstellen, dass es die Möglichkeit gibt, das Wochentief nochmals anzupeilen und zu durchbrechen und dann haben wir eben hier dieses besagte Niveau bei 4.073 Punkten. Sollte es allerdings einen Richtungswechsel geben, dann könnten die oberen Ziele aktiviert werden. Und was brauchen wir? Wir brauchen wieder einen Crossover und dann eben auch einen schönen Push nach oben, also einen Aufwärtsimpuls, der uns zeigt, dass der Markt nach oben möchte und dann könnte man versuchen, bei der Korrektur wieder einzusteigen. So, mehr Ideen und auch mehr Praxisbeispiele gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unter der Beschreibung. Das Ganze ist kostenlos. Schauen Sie sich das also ruhig mal an. Ansonsten viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.